Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden Themen sprechen. Als allererstes geht es um die Aussagen von Max Kaiser, der darüber spricht, dass es in Zukunft einen Hash-Rate-Krieg geben soll zwischen Amerika und Iran und warum das den Bitcoin-Preis Richtung 500.000 US-Dollar katapultieren soll, das gucken wir uns gleich an. Außerdem gucken wir uns noch die Aussagen von dem Autor von Rich Dad Poor Dad an, der darüber spricht, dass der Bitcoin die Lösung für viele Probleme sei und zu guter Letzt gucken wir uns noch den Mining-Riesen E-Bank an, der scheinbar ein Offshore-Bitcoin-Börsenunternehmen hier plant. Gucken wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es um eine sehr, sehr bullische Aussage von Max Kaiser, der also davon spricht, dass in Zukunft sehr realistisch es wäre die 500.000 US-Dollar zu erreichen pro Bitcoin. Er nennt nämlich den Bitcoin quasi die Mona Lisa des 21. Jahrhunderts und glaubt fest daran, dass in dem Moment, in dem die amerikanische Regierung anfängt, einen Hash-Krieg gegen Iran und Venezuela zu starten, dass das definitiv dazu führen wird, dass der Bitcoin also 500.000 Dollar wert sein wird. Das Ganze hat er in seiner eigenen Fernsehsendung Kaiser Report verkündet und hierbei geht es eben vor allem um die Bitcoin-Hash-Rate-Kontrolle. Aktuell ist es ja so, dass Teheran, also das heißt Iran, knapp 3% der Hash-Rate hält und dass Venezuela Bitcoin-Zahlungen akzeptiert. Man geht also davon aus, dass Venezuela auch in Zukunft Richtung 3-5% erreichen könnte und das große Problem dabei ist, dass er also sagt, dass Amerika irgendwann anfangen wird, erstens den Bitcoin relevanter oder für relevant zu halten und in dem Atemzug eben auch 20% der gesamten Hash-Rate halten möchte. Und wenn das passiert, dann wird es also einen Krieg gegen die, sagen wir mal, kleineren Länder eben geben, die dann also dafür mit Sorge dafür tragen, dass also der Bitcoin-Preis bis 400.000 bzw. 500.000 Dollar steigen soll. Das ist so seine Aussage. Er ist ja sowieso extrem bullisch aufgestellt. Er spricht häufiger darüber, dass also der Bitcoin nicht nur die Mona Lisa des 21. Jahrhunderts ist, sondern dass man damit einen unzensierbaren und nicht beschlagbaren und unzerstörbaren Reichtum aufbauen kann. Das ist nämlich aus seiner Sicht der einzige Weg, wie das tatsächlich funktioniert. Und früher oder später wird Amerika diesen Trend sehen, dass das quasi das Instrument ist, um die Menschen so ein bisschen davon abzuhalten bzw. sie zu kontrollieren. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn man also eine sehr, sehr hohe Hash-Rate mithält und damit eben auch so ein bisschen Kontrolle über diese ganze Thematik hat. Wir wissen ja, dass der Bitcoin dezentral unterwegs ist. In dem Moment, wo es aber wirklich Wale gibt, sehr, sehr große Wale oder eben auch Mining-Pools, die einen sehr, sehr hohen Anteil der Hash-Rate also halten, haben sie natürlich schon die Möglichkeit, das Ganze bis zum gewissen Grad zu lenken. Und das ist quasi so ein bisschen die Angst von Max Kaiser. Er glaubt aber trotzdem, dass dadurch automatisch auch der Bitcoin-Preis nach oben schießen sollte innerhalb der nächsten Jahre. Das ist jedenfalls das, was er hier versucht zu kommunizieren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite also eine sehr, sehr positive und extrem bullische Prognose, die ja hier versucht zu verkünden, auf der anderen Seite einen sehr, sehr großen Konflikt, der entstehen könnte, wenn tatsächlich Amerika anfängt, gegen andere Länder dann Krieg zu führen oder irgendwelche politischen Schachzüge versucht durchzuführen, um eben langfristig gesehen mehr Hash-Rate halten zu können. Die Frage ist hierbei natürlich erstens, ob es tatsächlich zu dieser Konstellation kommen wird. Das heißt also, ob Amerika wirklich ein Interesse daran hat, diese globale Hash-Rate in einem Maß von über 20 Prozent zu halten oder eben nicht. Ich glaube, das muss erst mal geklärt werden. Aktuell ist es ja so, dass die Regierung sehr, sehr negativ über den Bitcoin und über Kryptowährungen und so weiter spricht. Deswegen gehe ich grundsätzlich nicht davon aus, dass das in der nächsten Zeit passieren wird. Ich denke, er wird das hier vor allem eben in einem weiteren Zeithorizont sehen. Und was mich natürlich interessiert, ist eure Meinung. Glaubt ihr, dass Amerika wirklich ein Interesse daran hat, über 20 Prozent oder einen Wert X der Hash-Rate allgemein zu halten als Regierungsapparat? Oder ist das doch eher unrealistisch? Ich persönlich bin mir da so ein bisschen unsicher, aber die Amerikaner haben in der Vergangenheit schon häufiger Entscheidungen getroffen, die man nicht unbedingt als rational bezeichnen kann. Falls ihr euch grundsätzlich für das Thema Bitcoin und Kryptowährungen auseinandersetzt oder beziehungsweise interessiert, dann solltet ihr euch auf jeden Fall den ersten beziehungsweise den zweiten Link in der Videobeschreibung euch angucken. Das eine ist ein sehr, sehr gutes Hardware-Wallet, wenn nicht das beste Hardware-Wallet, was man sich aktuell organisieren kann. Und das zweite ist quasi der Bitcoin-Standard, ein sehr interessantes Buch, was sich eigentlich jeder Bitcoin-Fan mal zu Gemüte führen sollte. Gucken wir uns das zweite Thema an und hierbei geht es um den Rich Dad Poor Dad Autor, der ja häufiger schon über das Thema Bitcoin gesprochen hat. Er ist der Meinung, dass die Federal Reserve, also die Fed tot sei, dass es nur noch ja Zombie-Firmen gibt, die also aus dem Boden gestampft werden, die immer mehr Schulden mit sich bringen. Aktuell soll das wohl in der Höhe von knapp 900 Milliarden Dollar der Fall sein. Und in Zukunft wird es so sein, dass also der Bitcoin dadurch, dass er dann einfach komplett, oder das ist er ja definitiv, dezentral funktioniert, dass keiner die Kontrolle darüber hat, ist eben der Bitcoin, genauso wie Gold und Silber, das sind so die Möglichkeiten, um sich gegen diesen Trend zu wehren, gegen Zombie-Firmen und so weiter, die also immer mehr Schulden machen. Dabei geht es also darum, dass man hier quasi wirklich echte Vermögenswerte hält. Und ja, in diesem Atemzug sagt er eben auch, dass in den nächsten drei Jahren der Bitcoin-Kurs potenziell auf 75.000 Dollar steigen könnte. Auch die Edelmetalle werden sich wohl aus seiner Sicht weiter gut entwickeln. Wir sehen ja aktuell schon, dass Gold sich sehr, sehr gut entwickelt, dass wir dort aktuell bei über 1.700 Dollar liegen und damit also ein neues All-Time-High erreicht haben. Man geht eben auch automatisch davon aus, dass es eine entsprechende Korrelation oder eine relativ starke Korrelation zwischen dem Gold und dem Bitcoin gibt. Es gibt natürlich keine größere Korrelation als natürlich zwischen einzelnen Kryptowährungen, aber hier sieht man auf jeden Fall auch entsprechende Tendenzen, dass sich also der Bitcoin so ein bisschen an dem Gold orientiert. Und außerdem sehen wir auch immer mehr Personen, Hedgefondsmanager und so weiter, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und eben auch sehr, sehr viele institutionelle Investoren und Anleger ins Boot holen, die also potenziell Kapital mitbringen könnten, um eben den Markt weiter zu befeuern. Und auch der Herr Jones hat hier nochmal eine Aussage getätigt und er sagte folgendes, die zunehmende Verbundenheit mit Gold ist unserer Ansicht nach ein Rückenwind für den Bitcoin-Preis. Bei der höchsten 52-Wochen-Korrelation und dem höchsten jemals erreichten Beta gegenüber dem Metall sollte der erstgeborene Krypto aus ähnlichen Gründen wie Gold angeheizt durch die beispielslose Lockerung der globalen Zentralbanken weiter voranschreiten. Heißt also, wir haben langfristig wohl ein sehr positives Szenario. In den nächsten drei Jahren soll also der Bitcoin weiter anwachsen und es soll eben auch die Edelmetalle definitiv betreffen, die dann wohl in der Wertigkeit oder beziehungsweise im Preis weiter ansteigen sollen. Ich bin sehr gespannt, ob diese Aussagen tatsächlich stimmen. Letztendlich kommen sie natürlich von Personen, die sich mit der Finanzwelt sehr, sehr gut auseinander gesetzt haben und sich natürlich auch auskennen, entsprechende Insights vielleicht haben und Markt-Tendenzen, die wir nicht wahrnehmen oder vielleicht auch nicht wahrnehmen können. Und deswegen ist es umso spannender zu gucken, ob diese Personen wirklich Recht haben. Am Ende muss man natürlich selber entscheiden, in welche Richtung man wirklich gehen möchte. Gucken wir uns das letzte Thema an und hierbei geht es um den Mining-Riesen E-Bank, der nun plant, ein Offshore-Bitcoin-Börsenunternehmen aufzubauen. Wir haben es bereits mitbekommen, das Unternehmen hat nicht zurückgeschreckt, einen Börsengang, also einen IPO hier durchzuziehen. Das haben sie tatsächlich auch hinbekommen. Insgesamt wurden über 200.000 Aktien für knapp 5 Dollar das Stück verkauft. In diesem Atemzug beziehungsweise einige Tage danach ist dann der Aktienwert von dem Unternehmen ein bisschen abgesunken auf insgesamt 4,20 Dollar. Das sind über 6,6 Prozent an Verlusten, die sie hier abschreiben mussten. Das ist natürlich nicht schön und man hat ja bereits in der Vergangenheit bei anderen Unternehmen gesehen, die in diesem Segment unterwegs sind, dass eben die Aktienkurse massiv eingebrochen sind. Alleine bei dem Mining-Chip-Hersteller Canon Creative war es ja so, dass letztendlich die Aktienkurse um über 80 Prozent hier zusammengesackt sind. Nicht wirklich schön und eine sehr, sehr riskante Investition, die man hier hätte tätigen können. Und der nächste Schritt ist eben für E-Bank zu sagen, okay, wir setzen jetzt nicht nur noch auf eben Mining-Hardware, die wir bauen und vertreiben, sondern wir sollten definitiv das nächste Produkt mit aufnehmen. Und das ist tatsächlich eine Offshore-Börsenplattform, die also gelauncht werden soll. Man weiß noch nicht, wo sie genau starten soll. Man weiß noch nicht, wo das Headquarter sein soll und so weiter. Jedenfalls gibt es hierzu keine Aussagen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass die Kryptounternehmen sich mit weiteren Möglichkeiten auseinandersetzen, Lösungen suchen, um weiteres Kapital zu schöpfen und dass sich aktuell Investitionen in diese Unternehmen, wenn man eben auf den Börsen oder mit Börsen und so weiter und Aktienkursen handelt und so, dass das Thema eher unrealistisch und vor allem sehr risikoreich sein kann. Denn in den meisten Fällen, gerade in diesen beiden jedenfalls, konnte man sehr, sehr gutes Geld verlieren. Natürlich, wenn man anfängt, diese Unternehmen zu shorten, dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Und ich bin sehr gespannt, wann und welches Unternehmen als nächstes versucht, den IPO durchzudrücken und vor allem, wie dieser dann letztendlich verlaufen wird. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig unter den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao!